Salut! Sourire! Aujourd'hui nous parlons des Verbes en IR. Nachdem du die Verben auf ER gelernt hast, werden wir uns heute mit der zweiten Gruppe beschäftigen, die Verben auf IR. Wir fangen zunächst mit den regelmäßigen Verben an. Man nennt sie Verben auf IR mit Stammerweiterung. Qu'est-ce que c'est? Wir holen unseren Baum von der letzten Lektion. Parler war von dem Premier-Grupp. Bei Parler und bei den anderen Verben der ersten Gruppe ist es einfach. Du nimmst den Stamm und du fügst die Endungen dazu. Nun wird es der Baum von FINIR. Stammerweiterung bedeutet, dass im Plural zwei S vor die Endung gesetzt werden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020